Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zum Fazit-Video zur AIDA Mira. Ich wollte eigentlich sagen zum Fazit-Video über meine Kreuzfahrt mit AIDA Mira, aber da muss man ja sagen, Kreuzfahrt bedeutet ja, dass man auch gefahren ist. Und gefahren sind wir tatsächlich in den letzten Tagen genau, ich würde mal ungefähr sagen, zehn Minuten, weil wir in Palma einfach mal den Liegeplatz gewechselt haben. Ansonsten lagen wir ja die ganze Zeit immer nur im Hafen. Denn also wer jetzt von euch noch nicht so im Film ist, AIDA Mira ist ja ein altes umgebautes Schiff. Es war ursprünglich mal die Mistral, war zuletzt die Costa Neo Riviera, ist 20 Jahre alt und wurde vier Wochen lang umgebaut in Genua. Eben ein neues AIDA Selection Schiff sollte es werden und zwar die AIDA Mira. Ja und es war dann so nach der Taufe am nächsten Tag gab es dann irgendwann nachmittags eine Durchsage vom Kapitän, wo dann bekannt gegeben wurde, AIDA Mira wird gar nicht auslaufen. Wir bleiben die ganze Zeit in Mallorca liegen, weil man eben noch nicht so weit fertig ist mit den ganzen Umbauten. Das war auch ehrlich gesagt hier an Bord überall zu sehen und auch jetzt drei Tage später. Ich zeichne das Ganze jetzt einen Tag vor der Abreise auf. Auch heute noch ist das Ganze natürlich noch nicht beseitigt. Also ich habe es dann auch hier gemerkt in meiner Kabine, also die Klimaanlage funktioniert immer noch nicht so richtig, ist gerade schon wieder ziemlich warm, auch wenn ich die eigentlich hier auf niedrigster Stufe gestellt habe. Also es ist noch unglaublich viel zu tun gewesen in den letzten Tagen und das geht auch noch weiter. Also dazu später mehr. Ich will erst mal zu den Dingen kommen, die mir tatsächlich ausgesprochen gut gefallen haben hier auf AIDA Mira. Und zwar zum einen ist es das Theater. Ich würde sagen, es ist das schönste Theater der ganzen Flotte. Jetzt ist zwar die AIDA Flotte bestehend aus 14 Schiffen, allerdings gibt es tatsächlich nur auf vieren ein Theater. Das hier hat mir hier ausgesprochen gut gefallen. Man hat hier auch eine große LED-Wand, das hat man bei den anderen drei Theatern nicht. Man macht hier auch die AIDA Primetime, die man von den größeren Schiffen kennt. Das war bisher auf den kleinen Schiffen auch nicht so. Also das ist richtig, richtig gut und ja, schöne Location, kann man gut sitzen. Also muss ich sagen, schon mal wirklich gut. Was mir auch ausgesprochen gut gefällt, ist im Prinzip erstmal das Konzept vom Explorer-Restaurant. Das Explorer-Restaurant ist erstmals für AIDA ein Bedienrestaurant mit Service am Platz, wo aber auch die Getränke inklusive sind. So, da kann ich frühstücken, ich kann Mittagessen, ich kann Abendessen. Es ist dann immer so eine Mischung allerdings aus Buffet und Bedienung. Ja, also auch zum Mittagessen oder zum Abendessen. Da ist dann das Brot beispielsweise am Buffet oder auch ein Salat, den ich mir gleich holen kann. Der Rest wird dann aber serviert. Das in einer teilweise auch etwas einfacheren Form. Also es steht dann mittags auch der Besteckständer am Tisch, sodass es wirklich für die Crew möglich ist, wahrscheinlich mehr Tische zu bedienen. Also man ist ja bei AIDA immer sehr effizient. Das geht ja auch so weiter auf diesem Schiff. Und Getränke hole ich mir da selber bis auf Karaffen mit Wein und Wasser. Und ja, aber dieses Konzept, muss ich sagen, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ist eben wirklich mal was Neues. Bin ich gespannt, ob das vielleicht auch später mal kommen wird auf anderen Schiffen der Selection-Klasse sozusagen. Der Spa-Bereich mit den neuen Saunen hat mir auch ausgesprochen gut gefallen. Sehr, sehr, sehr schick geworden. Dann gibt es wirklich tolle, große Bars. Ob es die AIDA-Bar ist oder die Mira-Bar oder die Art-Bar. Muss man sagen, wirklich auch vom Innenausbau. Also das ist auch alles neues Design. Das hat man eigentlich deutlich verändert. Ja, schon richtig, richtig gut. So, dann so eine persönliche Geschichte. Ich bin überhaupt kein Freund, habe das schon in X-Videos gesagt, von der Pizza bei AIDA. So, und ich konnte es tatsächlich kaum glauben. Es war eine super Pizza. So, jetzt geht man da natürlich so ein bisschen auf den Grund. Kennt ja dann auch so ein bisschen hier Leute, die einem das mal so ein bisschen unter der Hand Sachen sagen, die selbst die Pressestelle gar nicht weiß. Und stellt sich raus so, ja, es ist eben die Maschine, mit der man den Teig macht, von Costa. Die ist halt hier geblieben. So, das ist irgendwie eine relativ komplexe Geschichte, weil ansonsten Pizzateig, vielleicht mit Trockenhefe oder was hier, wird das irgendwie mit Mutterhefe oder was gemacht? Also, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Jedenfalls, durch diese Maschine ist es hier halt tatsächlich möglich, mal eine richtig tolle Pizza zu machen. Also, richtig toll, na ja, also, würde ich übertreiben, eine sehr ordentliche Pizza. So, wollen wir ja noch immer noch ein bisschen Luft nach oben lassen. So ist ja nicht. Ja, auch der Kaffee, super. Und da muss man auch wieder sagen, woran liegt das? Auch, tolle Siebträgermaschinen überall, an jeder Bar, weil die Freunde von Costa, die auch freundlicherweise hier gelassen haben. Man muss ja wissen, AIDA und Costa gehören ja unmittelbar zusammen. Sie sind ja Teil der Costa Group. Ja, also einmal die Marke Costa Kreuzfahrten und, oder Costa Crociere, italienisch, von dem AIDA. Also, ja, also die Costa-Freunde haben also die Siebträger-Kaffeemaschinen hier gelassen, deswegen auch guter Kaffee. Okay, richtig gut. So, negativ im Wesentlichen, man muss mal so ein bisschen differenzieren, so was war jetzt negativ, was jetzt möglicherweise auch noch längere Zeit so sein wird. Es ist natürlich jetzt an vielen, vielen Stellen noch dreckig gewesen und unfertig und, ja, so, am Ende ist es teilweise da schwer zu sagen. Ich meine, wenn man dreckige Stellen, wenn man sie putzt, sind sie sauber, also dann ist es irgendwie kein Problem mehr so, ne? Ich habe so ein bisschen meine Probleme hier mit diesen Kopfkissen, das weiß ich aber auch schon, weil diese Kopfkissen auf der Ida Nova auch schon waren. Und ich hatte irgendwie vielleicht so gehofft, so, weil neulich auf der Bella gab es andere, ist ja auch ein älteres Schiff, ich komme mit diesen Kopfkissen nicht klar. Sie sind entweder mir zu groß oder es gibt dann da noch kleinere, sie sind mir entweder zu hoch oder zu klein, so. Wobei mir dann jemand sagte, den ich auch traf, man denkt jetzt darüber nach, tatsächlich diese kleineren Kopfkissen etwas größer zu machen, aber gut, gut. Das ist jetzt so ein bisschen, wenn man diese ganzen Bilder hier von Bord gesehen hat mit den Baustellen noch und so, da wirkt es ein bisschen lächerlich, so nach dem Motto, er regt sich hier über die Kopfkissen auf. Aber das ist so eine kleine Geschichte. Ja, wenn man, wenn man so auch so das Essen im Marktrestaurant sich mal angeguckt hat, so zum Mittagessen beispielsweise, das war sicherlich auch noch nicht so vom Standard her, so wie man das so kennt. Aber ich finde es jetzt nicht so überraschend, weil die Crew ist dann hier nicht eingespielt, so die Küche ist sicherlich auch alles anders, als man es an den anderen Schiffen kennt und so. Also, ja, also das sind so ein bisschen so, ja, das sind so ein bisschen so Sachen, so Kleinigkeiten neben den ganzen großen Dingen, die hoffentlich sich noch ändern werden, wenn weiter hier noch gebaut wird und renoviert wird. Ist es eigentlich eine AIDA geworden? Ja, das ist tatsächlich auch eine sehr interessante Frage. Ich würde soweit gehen und sagen, dieses komplette AIDA-Feeling in einen Umbau zu bekommen, ist eher schwer möglich, weil man ja auch diesen Umbau, man macht ja nun auch nicht alles neu, ja, es ist schwer möglich. Das ist, ich kann das mal erzählen, vergleichbar mit AIDA-Blue. Es gab mal eine alte AIDA-Blue, das war ein Schiff, das war ursprünglich, war glaube ich von P&O Cruises und ja, das hatte man dann irgendwie so ein bisschen umgebaut, erst zu Arosa Blue, dann zu AIDA-Blue und ich war da 2007 mal drauf. Damals Urlaub kam drauf und dachte, das ist keine AIDA, weil es irgendwie so ganz, ja, es fühlte sich irgendwie anders an, ne. Ja, man hat natürlich so, wie die Türen teilweise sind oder so, wobei man die heute auf den Schiffen, auf den neuen Schiffen sind sie ja auch nicht mehr so wie früher. Also, es gibt so viele Dinge, ja, die so Design-Elemente, so die Treppen, so die Art der Treppen, wie die so ist mit diesen Metallseilen zum Beispiel und so, das habe ich hier natürlich alles nicht. Deswegen fühlen sich dann so Bereiche, auch wie Treppenhäuser oder so, fühlen sich total anders an und man merkt da halt so, ja, es ist jetzt ein Kreuzfahrtschiff, das hat man mit so AIDA, mit einigen AIDA-Elementen sicherlich ausgerüstet, also wie Palmen im Marktrestaurant, wobei die vorher auch hier schon drin waren im Costa-Schiff, die Palmen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also man kann es so ein bisschen so einfärben mit AIDA-Aroma, aber am Ende ist klar, so vom kompletten Feeling bleibt es immer ein umgebautes Schiff, so, das ist völlig klar. Wie war nun hier die Atmosphäre während des Aufenthaltes? Ich habe ja nun gesagt, es wurde die Reise, es wurde dann plötzlich bekannt gegeben, so, wir fahren nicht raus. Man hat aber dann auch bekannt gegeben, das finde ich doch relativ bemerkenswert, dass man gesagt hat, so, okay, jetzt kriegen alle den Reisepreis komplett erstattet, auch die Flugkosten und man würde auch sorgen für einen sofortigen, ja, sofortigen am nächsten Tag oder übernächsten Tag Rückflug nach Hamburg. Man hat mir auch zweimal hier angeboten, Mensch, fliegt doch nach Hause, aber da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich gucke es mir gerne an hier, was hier so passiert, ich finde es total spannend und es waren einfach auch sehr, sehr viele von euch eben hier. Ich habe so viele Gespräche geführt, dass ich gedacht habe, naja, ich bleibe hier, so. Und, also gut, es sind also alle quasi am Ende kostenlos gereist, so, ne, meine, gut, an den Bars musste man bezahlen, hätte man vielleicht auch noch sagen können, komm, machen wir Open Bar, aber es war so, dass es tatsächlich, ich fand, eine sehr, sehr, sehr nette Atmosphäre. Jetzt muss man auch sagen, die Leute, die hier aber auch an Bord waren oder sind immer noch auf der Reise, das sind alles Profis, AIDA-Profis, ne, also das ist jetzt keine Reise, die so Neufahrer oder so gemacht hätten, sondern das ist nur was für AIDA-Profis und dementsprechend, ja, war es wirklich, also, ich hatte selten wirklich eine AIDA-Reise, wo ich dachte, Mensch, so ein nettes Publikum und alles nett und freundlich und doch am Ende, so nach zwei, ja, als dann so sich der erste Ärger über den Zustand des Schiffes gelegt hatte, doch eine sehr gute Stimmung. Na gut, waren halt auch alle kostenlos da, also, ja, also das war, war wirklich völlig, völlig in Ordnung, muss man, muss man wirklich sagen. Ja, was ich gesehen habe oder beobachtet habe, natürlich, es ist ja so, wenn man da also in der Werft nicht fertig geworden war, hatte ich das jetzt eigentlich schon erklärt, ich habe den ganzen Tag schon so viel gesappelt, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich jetzt hier gesagt habe, also das Schiff war ja vier Wochen im Genu an der Werft, es hat aber von drei Wochen, drei Wochen lang, war extremes Unwetter, hat stark geregnet, deswegen ist man nicht fertig geworden, das wäre der Grund. Man hat natürlich dann hier auch an Bord gemerkt, wer letztlich das ausbaden muss, ne, und das ist tatsächlich, ja, ist jetzt wenig überraschend, und es waren jetzt die Gäste in dem Sinne ausbaden, ich meine, gut, wir mussten hier mit den Folgen leben, aber die es wirklich ausbaden mussten, weil sie wirklich extrem viel gearbeitet haben und so, das war natürlich die Crew, ne, das ist völlig klar, und wenn man das so erlebt hat, dass die natürlich, ja, auch natürlich dann auch unter einem Druck stehen, weil man denen natürlich auch sagt, es muss alles fertig werden und macht, macht, macht. So, es war dann so, so ein bisschen gerüchteweise zu hören, dass auch diverse gegangen sind, Crewmitglieder, die sind dann wirklich verschwunden und wir waren dann hier einen Abend im Selection-Restaurant und, ja, das wirkte, also unkoordiniert ist noch geprahlt, es wirkte extrem chaotisch und so, und dann sage ich da zu den Kollegen, sag mal, guck doch mal auf sein Namensschild, da stand halt drauf, Housekeeping, ne, also die Leute, die hier die Kabinen sonst sauber machen, und, ja, dann sieht man natürlich so, oh Gott, ja, da waren dann halt Leute offenbar, das ist, wie gesagt, ein Gerücht, das habe ich nicht, das wurde mir auch keiner bestätigen, also, es war dann zwar aus dem AIDA-Management, kam eine vorbei, die haben wir dann angesprochen und, ah, es waren einige Umplanungen nötig, so hat sie nur gesagt, also sie hat das natürlich nicht gesagt, aber es gab so ein Gerücht, so mindestens 20 Leute sind abgestiegen, aber, wie gesagt, versehen wir noch mit einem vorsichtigen Fragezeichen. Denn, jedenfalls, ja, wenn man das so erlebt hat, wie die sich doch bemüht haben, wir haben, das hat zwar alles ewig gedauert, das Essen war aber wiederum überraschend gut, also, weil man denkt so, hm, wenn alles chaotisch ist, aber, ne, es war richtig gut sogar, und, ja, und wenn man das so erlebt hat, wie die alle hier arbeiten und so, und wenn, dass die wirklich, ja, am Limit vermutlich auch sind, wenn die 16 Stunden da haben einige erzählt, werden sie da am Arbeiten, das ist natürlich, ja, wirklich eine knallharte Geschichte, und deswegen, ja, ist man natürlich, wenn man das alles so erlebt hat, ja, dann versteht man natürlich auch, ja, manche Entscheidungen, die eben dann AIDA getroffen hat, so. Dieses Schiffbaujahr 1999, was man sagen muss, so ein Altbau hat immer Grenzen in dem, was hier eigentlich noch möglich ist an Renovierung oder eben auch nicht. Zwar hat man 55 Millionen Euro investiert, aber man muss sich Folgendes natürlich auch klar machen, dieses Schiff hatte drei Vorbesitzer quasi, also jetzt kann man sagen, Costa ist, ja, gleiche Gruppe, das ist eigentlich identisch, aber sagen wir mal drei Vorbesitzer, es waren noch Ibero Cruceros und spanische Marke damals von Karneval, wenn ich gerade richtig liege, und Festival Cruises eben Mistral und so. Und ich habe früher schon von meinen Eltern gelernt, ja, meine Mutter sagte, wenn du Gebrauchtwagen ist immer wichtig aus erster Hand, ja, weil wie ist das, wenn es durch mehrere Hände gegangen ist, ja, dann jeder macht da eigentlich nur so viel, wie gerade nötig ist und so, und das ist immer so ein bisschen so das Problem, dass es natürlich auch alte Schiffe gibt, die irgendwie noch in einem relativ guten Zustand sind und da gibt es eben alte Schiffe, ja, wo jede Reederei immer nur so ein bisschen was gemacht hat und auch so nach dem Motto, nach uns die Sintflut, so ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Also zum Beispiel die Amera, dieses Jahr von Phoenix Reisen, das ist sicherlich ein gutes Beispiel für ein Schiff, was im guten Zustand war, da ist uns das jetzt nicht so dramatisch aufgefallen, als wir da an Bord waren, dass jetzt der Zustand da irgendwie besonders schlecht gewesen wäre. Also, es hat Grenzen, wenn ein Schiff 20 Jahre alt ist, denn ich habe so Rohranlagen beispielsweise, auch Klimaanlagen, das stellt ein riesiges Problem dar, weil man dann natürlich immer nur, dann hat man hier irgendwelche Symptome, was weiß ich, sie ist laut oder sie ist zu warm oder sie ist zu kalt, dann dockt hat man hier in einer Kabine rum, aber meistens ist es dann so, dass diese Anlagen, ja, komplett verstellt sind, wenn man es mal leidenhaft ausdrücken will, ja, weil man irgendwie immer nur so rumschraubt und man macht da in der Regel ja fundamental nicht komplett was Neues, denn, ja, wenn man so 55 Millionen investiert, das ist dann leider auch nicht so, die ganz riesige Summe klingt natürlich nach einer gewaltigen Menge Geld, aber, ja, das versickert dann irgendwie auch bei so einem Umbau relativ schnell, dann macht man irgendwie so technische Dinge, baut Scrubber ein, so, das ist auch teuer und, ja, am Ende denkt man so, hm, ja, es hat jetzt hier nicht den Charakter irgendwie eines Neubaus, das ist völlig klar, also dessen muss man sich wirklich bewusst sein und ich sage mittlerweile immer wieder, wie wichtig ist das Alter eines Schiffes für eine gelungene Kreuzfahrt, so, da ist mir dann so ein bisschen aufgefallen, ich war ja auf diesem Schiff schon mal vor zweieinhalb Jahren, das hatte schon als Costan E. Riviera schon so den Charakter, so, dass es schon so ein bisschen abgerockt alles ist, völlig unstrittig, das hatte es aber im Übrigen auch, ähnlich altes Schiff hier neulich mal, letztes Jahr war ich ja privat auf der Horizon von Pullman Tour, das war auch, das war abgerockt, das war nicht im besten Zustand, so nach dem Motto, man hat sich auch gar nicht, man hat das auch gar nicht angestrebt, irgendwie einen besten Zustand zu erreichen, weil es einfach sehr teuer wäre. Nichtsdestotrotz, auch auf diesen alten Schiffen, das waren sehr schöne Reisen, ja, gerade die Costa-Reise, wenn ich so dran erinnere, was fällt mir ein bei dieser Reise damals, wir waren irgendwie schnorcheln, wir haben irgendwie einen Ausflug gemacht mit viel zu schnellen Vespas, für die ich gar nicht den richtigen Führerschein hatte nach Ibiza, wir haben einen tollen Ausflug gemacht auf Menorca und wir haben irgendwie abends nach dem Ibiza-Ausflug dann noch um 22 Uhr spät gesessen und Pizza gegessen, so, das sind irgendwie so diese Erinnerungen, die mir so eingefallen sind an diese Reise, ach ja, und mein Koffer war nicht da, wisst ihr vielleicht auch noch, das sind so diese Sachen, mir ist tatsächlich nicht, also, dass ich jetzt sagen würde, so, oh mein Gott, es war keine gute Reise, weil das Schiff alt war und nicht alles perfekt war, also, das würde ich mal so sagen, ja, das ist nichts, wo man sich, also, was ich finde, was wirklich kriegsentscheidend ist, natürlich, und ich habe das, glaube ich, auch in anderen Videos schon mal gesagt, ihr seid irgendwie alle so ein bisschen darauf getrimmt und auch die Tatsache, dass ich euch natürlich zu 80% Neubauten zeige, ihr seid natürlich so ein bisschen darauf getrimmt, dass die Reedereien natürlich auch immer sagen, ah, wir haben ein tolles, tolles neues Schiff und eigentlich ist nur das das Wahre, so in Anführungsstrichen oder in Klammern, das steckt ja so ein bisschen so dahinter, da würde ich sagen, lasst euch da nicht verrückt machen, ne, und ja, natürlich fragen jetzt auch viele, also, das war sicherlich auch so ein ganz, ganz, ganz beherrschendes Thema, sollte ich die Reise absagen oder umbuchen vielmehr, weil Absagen ist ja unter Umständen gar nicht so einfach möglich, man hat ja, wenn man eine Prämie gebucht hat, kann man, denke ich, umbuchen, wenn ich also eine Reise gebucht habe auf der AIDAMIRA, die später stattfindet, sollte man das nun tun? Ich sage mal so, ihr habt ja sicherlich diese Reise mit AIDAMIRA nicht gebucht wegen AIDAMIRA, sondern wegen Südafrika, Südafrika, tolles Land, kann man natürlich auch, muss man gar nicht unbedingt eine Kreuzfahrt hinmachen, aber man kann auch so hin, aber ist natürlich, ich kann es total verstehen, wenn man sagt, so gerade in Südafrika, wo es sicherheitsmäßig, sicher alles nicht so trivial immer ist, sage ich mal, kann ich total verstehen, wenn man da sagt, so, oh, da ist die Kreuzfahrt für uns eigentlich so die perfekte Form, weil wir da so ein komplettes, ein Rundum-Sorglos-Paket haben. Also, ja, deswegen, ihr habt euch ja wahrscheinlich dafür entschieden, wegen der Destination. Von daher würde ich sagen, ich finde nicht, dass so ein Schiff, was jetzt älter ist, irgendwie ein Grund ist, zu sagen, nee, mache ich gar nicht so. Natürlich, aber das muss man auch sagen, das soll ja hier jetzt nicht so sein, so hier wie die verlängerte, ich bin ja hier nicht der verlängerte Pressesprecher von AIDA oder das verlängerte AIDA-Kundens- oder das AIDA-Kunden-Center. Die würden ja auch sagen, wenn man da anruft, hier würden sie das Ähnliches sagen. Das ist natürlich nicht so, aber es ist einfach, ich finde es nicht entscheidend. Man muss aber natürlich sehen, sie haben relativ hohe Preise aufgerufen für diese Reisen. Ihr habt diese Preise auch bezahlt, also insofern habt ihr natürlich auch schon den Anspruch, dass ihr dann auch ein tolles Produkt bekommt. Und da muss man dann erst mal sehen, und das kann ich ja zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz beurteilen. Ich sehe, so die Basis ist ganz gut, aber was sie jetzt abliefern oder wie sie in der Lage sind, auch abzuliefern, muss man im laufenden Betrieb sehen. Ist so, ehrlicherweise. Aber klar, ich sage immer, es ist auf der einen Seite leicht, eine hohe Summen irgendwie aufzurufen, ist immer leicht, aber man muss dann auch liefern. Und ich habe dann auch für jeden Verständnis, der sagt, sorry, also die Reise war so teuer, das muss dann irgendwie auch passen, da erwarte ich auch, dass das in das Gefühl gepasst, wie ich es von anderen AIDAs kenne. Wichtiger Punkt. Ja, also sollte ich eine Reise noch buchen auf der Mira? Ja, also auch da gilt wieder, sie wird sich sicherlich in erster Linie verkaufen. Also bei der Nova gehst du auch hin, weil du das Schiff willst. Bei der Mira ist es natürlich ausschließlich so die Destination. Die reisen im Sommer östliches Mittelmeer ab, was ist es, ab Corfu, ne? Die Reisen sind nun auch schon ins Vario gegangen, habe ich schon gesehen, ab 7,99. So, nach dieser ganzen Negativpresse, ja, wird wahrscheinlich da der Weg der Preise dann der übliche sein. Also nicht nach oben, sondern wahrscheinlich eher tendenziell nach unten, wird man sehen. Also, ja, ich bin gespannt. So, ja, wie ist jetzt so die allerletzte Entwicklung hier heute dann gewesen? Ich bin ja jetzt nun kein Experte für Schiffbau oder Renovierung von Kreuzfahrtschiffen. Natürlich nicht, ja. Also das maße ich mir auch gar nicht an. Gewisse Dinge, da sage ich einfach, das ist, also, ja, ich, das kann man gar nicht, das wäre ja vermessen, wenn ich das sagen würde, ne? Aber natürlich hatte ich schon so ein bisschen so den Eindruck, so die letzten Tage, dass ich dachte so, na, wird denn das jetzt wirklich weitergehen, wenn wir morgen an Bord gehen, von Bord gehen, werden dann die Reisen kommen nach Kapstadt? Oder wird die Reise, die Transreise kommen nach Kapstadt, ja? Und die wurde dann nämlich heute Nachmittag abgesagt, also einen Tag vorher. Und, ja, das ist natürlich so ein bisschen so, so die Geschichte, das ist natürlich extrem unschön. Ich glaube, ich finde es auf der einen Seite total gut, weil, wie gesagt, ich habe die Crewmitglieder hier gesehen, wo wirklich ein extrem hoher Druck natürlich auf den lastet. Und finde das total gut. Ich habe hier einen Bekannten gesehen, der hat gesehen, es war dann hier heute Mitarbeiterversammlung, Crewversammlung, und die kamen raus und haben alle gestrahlt. Und er sagte, in dem Moment wusste er, die haben die Reise abgesagt. Und da muss ich sagen, so, ja, wer das so erlebt hat, ne? Der denkt so ein bisschen anders darüber, ja, als natürlich diejenigen von euch zu Hause. Natürlich ist es extrem ärgerlich, das ist völlig außer Frage. Wenn ich mir jetzt also für eine 19-tägige Transreise, habe ich mir Urlaub genommen, habe irgendwie das ganze Jahr so geplant, dass es dann am Ende passt, dass ich nicht im Dezember im kalten Deutschland verbringen muss. Und am Ende passiert sowas. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ist extrem unschön. Und natürlich findet man da auch jetzt nicht wirklich so eine, ja, gleichwertige Alternative. Ist sicherlich schwierig zu finden, ne? Es ist ja jetzt für euch kein Trost, wenn man jetzt sagen kann, so, okay, geh auf AIDA Nova, aber fahr rund um die Kanaren, die kennt ihr alle schon. Also zumindest bin ich mir sicher, die, die die Nova gebucht haben, äh, die Mira gebucht haben, mit Kapstadt waren, mit Sicherheit waren wahrscheinlich 70 Prozent alle schon mal aus einer Kanarenkreuzfahrt. Aber, ja, das ist, aber, ne, man muss sich dessen natürlich immer bewusst sein. Es kann bei Schiffen, ja, ein gewisses Risiko besteht, ein gewisses Grundrisiko besteht bei Schiffsreisen immer, dass irgendwas mit dem Schiff ist, ja. Das bleibt erstmal nicht aus, weil es natürlich eine komplexere Geschichte ist, als wenn ich einfach nur ein Hotel habe. Dass ein Hotel ausfällt, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich so. So, natürlich steigt, äh, die Unwahrscheinlichkeit einer Reise, oder die, na, die Wahrscheinlichkeit, dass abgesagt wird, steigt natürlich, ähm, ja, umso neuer das Schiff ist, so, eine der ersten Reisen. So, ich gehöre nicht zu den Leuten, äh, die jetzt sagen, so, na, da bist du selber schuld, dass du es gebucht hast, da, das muss man doch wissen. Das finde ich nicht. Ich meine, wenn eine Reederei sagt, so, ich verkaufe die Reisen, heißt das für mich auch, ich sichere dir im Grunde zu, dass diese Reise stattfindet, ja. Ja, ich muss ja auch sehen, wenn ich irgendwie irgendwo hinfliege auf eine Kreuzfahrt, muss ich ja auch sehen, wenn es ein eigengebuchter Flug ist, muss ich ja auch sehen, dass ich pünktlich da bin, ja, weil sonst habe ich ja, habe ich auch ein Problem. Also, ja, ne, das, das ist irgendwie schon sowas, äh, also, ich, vielleicht ein Tipp, ich wäre immer, immer grundsätzlich vorsichtig, ja, mit neuen Schiffen, mit, mit umgebauten Schiffen, die irgendwie in ihre erste Saison gehen, überhaupt gar keine Frage. Aber es ist da nicht, das ist jetzt irgendwie kein Grund, äh, irgendwie da hämisch zu reagieren und sagen, so, selber schuld oder so, ne. Also, ja, deswegen. Ja, Fragen, ähm, finde ich auch, die sich, äh, AIDA gefallen lassen muss, ist zum Beispiel, wurde denn da eigentlich zu knapp geplant, der Umbau, ne. Ist es wirklich so, dass alle gesagt haben, na, ach, vier Wochen und auch ein Gehenuhr und die Wetterlage ist da auch immer so, hm, hm, hm. Oder gab es da am Ende, gab es auch Leute, die gesagt haben, na, wir brauchen acht Wochen und so. Also, das sind schon Fragen, finde ich, finde ich, die darf man stellen, ne. Und ich finde, man darf auch stellen, ich meine, guck mal, ein Tag vorher abgesagt, jetzt sind hier wahrscheinlich schon Leute auf Mallorca gewesen, ähm, um, um da morgen hin und an Bord zu gehen. Ist auch wirklich, war das wirklich heute erst abzusehen? Ich meine, gut, ich habe da nochmal was gehört von Wasserrohrbruch und letzte Nacht oder was. Ja, aber das sind natürlich so Fragen, die muss sich ja AIDA gefallen lassen, wobei mir natürlich klar ist, das wird mir keiner beantworten, ne. Ähm, letztlich muss man sagen, der Image-Schaden für AIDA ist natürlich wirklich, ja, ist immens, ne. Das kann man natürlich nicht anders sagen, ne. Natürlich, man hatte die Taufe, man hatte tolle Bilder, mehr oder weniger von der Taufe und dann ist es natürlich so, dann diese Fallhöhe, ne, von dieser Geschichte, ah, das Schiff ist getauft und dann so, düdüm, Reise ist abgesagt. Dann haben Medien ja jede Menge Mist geschrieben, so nach dem Motto, die Leute mussten alle von Bord. Stimmt ja nicht, ist die Fallhöhe natürlich sehr groß. Im Grunde kann man wirklich sagen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man es Pechsträhne bezeichnen kann, aber AIDA hatte ja die letzten Jahre so unglaubliche Probleme. AIDA Prima, die viel zu spät kam, AIDA Nova, die auch zu spät kam und, ähm, ja, ist immer so. Irgendwie reichte da immer dann die geplante Zeit nicht und, ähm, ja, das ist vielleicht so ein bisschen so die Gemeinsamkeit. Es war irgendwie immer alles zu knapp. So, mein gut, bei Prima ist es noch ein bisschen komplexer, da waren dann die Japaner im Spiel und, ähm, ja, aber, ja. Stichwort Medien, worüber ich mich extrem geärgert habe. Ähm, ich wollte ja ein Video machen vom ersten Auslaufen, weil ich ja nicht wusste, dass das Auslaufen dann nicht stattfindet. Hat man ja es später mitgeteilt. Ihr standen ja da, Seenot-Rettungsübungen hat ja stattgefunden. Was ich extrem ärgerlich fand, dass RTL sich daraus dann aus diesem Video bedient hat und das dann irgendwie in Punkt 12 irgendwie einen Beitrag gemacht hat, der fast nur aus meinem Material bestand, wo ich drin auftauche und, äh, aus dem Zusammenhang gerissen dann da irgendwelche Zitate drin habe. Das finde ich wirklich unter aller Sau. Also das ist was, was ich so mit Medien, ähm, so auch noch nicht erlebt habe. Sicherlich, äh, die übelste Erfahrung. Also sowas muss ich sagen, da werde ich auch nochmal prüfen, äh, wie ich da jetzt reagiere. Also sowas geht überhaupt gar nicht, ja. Also richtig schlimm, ja. Also die können doch nicht einfach mein Material nehmen und sagen sie, ja, ist der Name, ist eingeblendet. Ja, nee. Also ich will auch gar nicht, dass meine Sachen irgendwie so bei RTL laufen. Ja, da will ich schon selber drüber entscheiden. Aber die haben zwar angefragt, dann habe ich erst allerdings später aus Zeitgründen reagieren können und da haben sie gesagt, ach, ist schon gesendet worden. Und ich so, hä? Ja, weil jetzt mein Gesicht zu sehen und finde ich einfach unter aller Sau. Gut, das ist nur so eine Randgeschichte, aber wollte ich hier an dieser Stelle irgendwie auch mal sagen, weil ich dachte, wenn ihr schon 27 Minuten hier investiert habt, äh, könnt ihr das Ganze auch sehen. Ähm, könnt ihr das Ganze auch erfahren. Ja, es ist so ein bisschen so, dass ich natürlich auf dieser Reise ein bisschen mehr geplant hatte, als ich jetzt letztlich umsetzen konnte. Das ist völlig klar. Ich habe so überlegt, macht ein langer Mord-Rundgang, macht es Sinn oder eher nicht so? Ähm, ich habe es jetzt heute, ich habe es bis zur letzten, bis zur letzten möglichen Zeit irgendwie herausgezögert. Heute letzter Tag, habe so gesagt, so, naja, eine Stunde vor Sonnenuntergang guckst du mal. Aber es ist einfach so, die ganzen Außenbereiche, das ist alles noch nichts. So, also nichts, dass man es zeigen möchte. Es geht nicht darum, Dinge nicht zu zeigen, ähm, die im Moment noch nicht fertig sind. Aber, ja, wenn die Rederei selber sagt, zwei Wochen brauchen wir, drei Wochen brauchen wir noch, ähm, ja, finde ich, passt das da nicht so in den Rundgang. Es gibt einen kompakten Rundgang, den wird es geben, Kabine habe ich auch gemacht und, ja. Ansonsten danke ich für eure Aufmerksamkeit. Es ist ein bisschen länger geworden, aber, ähm, ja, gab ja nun auch viel zu erzählen. Also, ähm, in diesem Sinne würde mich freuen, über einen Daumen hoch, ja, sagt auch mal eure Erfahrung, ähm, ja, wie sagt euch das jetzt zu mit AIDA, Mira? Wie ist da jetzt eure Meinung dazu? Wäre das jetzt was für euch oder seid ihr jetzt so abgeschreckt von diesen, von diesen Verspätungen, dass ihr sagt, so, kommt überhaupt gar nicht mehr in Frage? Lasst es mir mal wissen und dann sehen wir uns wieder. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.